Schnell suche Ich sag euch direkt ich skill die in der Ending Cannon So lange müssen wir durchhalten Ich sag euch direkt ich skill ich mach sie alle fertig Ich sag euch das im scheiß Mäpfe der Hacker Ich glaub ich das stimmt Musst du auf liferex gehen Sowieso aber du kannst halt Also sie ist zu klein für die Hacker also Oh Ich hoffe ihr seid bereit Verschont mich mit euren Weltgängen Die Schlacht beginnt in 10 Vielleicht auch ein paar Allerhack Big Plays sehen Klar Und 5 Mann Silence und so Sicher Möge die Schlacht beginnen Ja Die Schlacht Wir können nochmal mehr so zum beispiel ganz alleine alleine hier der nächste alleine ich würde da weg gehen lieber jetzt wirst du gleich gereckt ich gehe mal ohne helfen endlich kommt mal einer her ich gehe da da ich gehe da da Ich bin nicht dabei. Aus dem Kissen. Der Volter wurde erliebt. Vielleicht bin ich hier doch mit dein einzigen Wunderkind. Ich wollte es nicht mehr machen. Guck mal wer da ist. Holen wir mal Spiders. Oha, mich haben fast die Avatar-Nester gekillt. Tschöööööööö. Der wird jetzt auch rum schreien. Boah, war das knapp, hast du das gesehen? Das stimmt! Ich hab aber Turm geflüchtet. Die Menge hat meinen Kill gefeet. Nein, ehrlich gesagt hat sie den gut gefinisht. Die Gehirn sind nicht in der Regel. Ich hab die Karte zu helfen. Das ist keine Übung, die wir haben. Das ist die Neue für die Überflüssigkeit. Ich hab sie auf den Weg hier. Ich hab seine Karte gesehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die spielen ein anderes Spiel wie ich. Ich stimme mit eurer Entscheidung. Ein feindliches Fuhr ist gefallen. Rausgezeichnet. Le Monc oder was haben die gestern geschrieben? Was? Als der eine meinte, pick Le Monc. Und ich dachte, was ist das denn? Meint der Karasim oder was? Le Monc. Alte Franzose. Ja, so. Mischung aus Le Monc und Liming. Le Monc. Tu t'appelles Le Monc. Der stimmt auch ein bisschen häufig. Ja, lass doch mal das Camp machen. Ja, mach das doch. Das Vergesse der Leute. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. doch. Sitja. Ich weiß nicht. Der Hacker ist doch nicht so schlecht. Hab ich ja gesagt! Nein, ich meine jetzt auf der Map. Sowieso, ähh... Ein Wave Clear oder was? naja Das heißt dann gehe ich wieder nach oben, nach oben Ihr könnt da rum afkaren, wie ihr wollt Der Feind hat ein Vorverloren Einverstanden Das ist ein Db Das ist ein Db Das ist ein Fault-Fast Das ist ein Db Die Db Fuck Niemand wird meine Herrschaft infrage stellen. Ganz nach dem Wahres Aufstiegs. Bha. Seid. Oh. Oh. Oh, die Schwaben schmerzen sich an! Was ist das? easy easy Wie blöd! Ich stimme mit eurer Entscheidung überein. Wie blöd! 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 Ganz nach der Kälte des Aufstiegs. Die Reise ist in der Kälte des Aufstiegs. Die Reise ist in einem Altar, bevor euer Feind es tut. Fünf Münzen noch. We need all! Komm ja schon. Die Reise ist in der Kälte des Aufstiegs. 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 Ich habe dich erwartet. Also du musst deine Kanone mal umsetzen. Die ist schon gut, da wo sie ist. Die ist schon gut, da wo sie ist. Die ist schon gut, da wo sie ist. Was schreibt der? Alara Carey. Die ist schon gut, da wo sie ist. Die ist schon gut, da wo sie ist.